hallo ihr lieben cool dass ihr wieder eingeschaltet habt und ja heute möchte ich ja ein bisschen mit euch über youtube sprechen ja ihr habt richtig gehört denn mir ist so einiges aufgefallen und ja aber fangen wir erstmal von vorne an also mein youtube-kanal gibt es schon ziemlich lange ihr könnt es ja selber nachvollziehen was ich so am anfang alles gemacht habe aber so richtig habe ich damit losgelegt glaube ich während der pandemie ich weiß nicht irgendwie wisst ihr die pandemie man wusste aber gar nicht was soll man jetzt machen und so und da ich immer gerne fotos und videos gemacht habe hat sich das dann so bei mir eingeschlichen dass ich dann einfach alles mögliche mit gefilmt habe könnt ihr wie gesagt auf dem kanal gucken ja und so eigentlich war der kanal erst mal so für andere dinge gedacht und dann hat sich das halt einfach so ergeben dass ich dann halt auch stück für stück zu sehen war und so ja und so habe ich dann tatsächlich auch so bin ich auch so einige youtuber gefolgt und habe dann auch sehr gerne selber vlogs geguckt und so und genau tja und mir ist auch so jetzt so langsam wo die pandemie vorbei ist in anführungsstrichen ist mir so oft gefallen dass fast gar nichts mehr los ist auf youtube leute wo seid ihr alle ich würde euch sehr gerne also ich habe so paar lieblings youtuber und da kommt irgendwie fast gar nichts mehr also das finde ich so schade ich weiß halt eben nicht wie gesagt ich habe das vor der pandemie gar nicht weiter aber ich denke dass die leute da auch trotzdem gemacht habe paar videos gemacht haben ich habe keine ahnung aber ich habe es wie gesagt erst so während der pandemie richtig verfolgt und jetzt ist irgendwie so ein stillstand so gefühlt für mich ich komme es kommt gerade so rüber als ob ich ohne die youtuber nicht klarkomme nein nein also ich gucke gerne filme ich bin gut versorgt aber ich weiß nicht ich interessiere mich halt auch ich finde es halt auch cool so wie gesagt vlogs zu gucken was oder was machen andere gerade in ihrem leben oder so und um ein zwei kanäle mal zu benennen ich habe wahnsinnig gerne jackie live geguckt einfach weil sie halt auch mit ihrer familie und so oder halt eben auch basti tv aber beide sind so gut wie gar nicht aktiv mehr sehr sehr schade aber gut vielleicht seht ihr dieses video und macht mal auch wieder ein bisschen mehr aber ich kann schon verstehen dass man jetzt vielleicht sagt pandemie ist vorbei ich weiß nicht ich möchte jetzt mal kein youtube mehr machen oder ich komme nicht dazu oder ich könnte mir auch gut vorstellen dass was die vielleicht ein freund oder freundin hat also je nachdem wie er orientiert ist keine ahnung ich möchte keine gerichte gerüchte gerüchte in die welt setzen aber klar so natürlich habe ich auch noch andere youtube kanäle die ich gerne geguckt habe und ich habe gesehen wie gesagt das hat immer mehr abgenommen letzten sommer fing das schon glaube ich um an dass die leute weniger hochgeladen haben dann kamen die leute teilweise im winter noch mal und ich meine wir haben ja immer noch winter aber so und da sind wir wieder unterbrochen worden ja aber ich bin ja auch schon so gut wie durch ich wollte euch eigentlich noch mal fragen ja was mögt ihr an youtube guckt ihr lange videos guckt ihr lieber die shorts also ich mag ja lieber habe ich schon eingangs gesagt die vlogs die können auch gerne mal ein bisschen länger sein ja ich bin am überlegen also ich glaube viele youtuber sind ja auch so tik tok gewechselt aber ich glaube tik tok ist doch wirklich nur so dass die kurze videos machen oder ich glaube da kann man nur kurze sachen hochladen ihr könnt mich ja mal aufklären mit tik tok ich bin da irgendwie noch nicht so vertraut ich bin eher so oldschool am start und ja das sollte jetzt wie gesagt auch kein tik tok bashing oder sonst was sein jeder kann machen was er will ich sag tschüss für heute bevor uns die kamera noch mal schafft hier zu unterbrechen und sag dann mal tschüss bis zum nächsten video und ja bis bald ja bis bald